herzlich willkommen zu einem neuen video von uns ich möchte euch heute einmal unser haus in ungarn zeigen wir befinden uns gerade in der drohnenaufnahme im drohnenflug über unser grundstück und hier hinten seht ihr jetzt noch ein stück wald nenne ich es mal da ein kleines stück davon gehört auch zu unserem grundstück das gesamtgrundstück ist 3350 quadratmeter groß hier vorne die beiden gebäude gehören auch dazu das rechte ist ein großer schuppen und das linke ist eine art terrasse die allerdings sehr zugewuchert ist also da haben wir ganz viel arbeit vor uns vor dem schuppen ist auch noch ein großer baum und ein hühnerstall versteckt sich hinter dem baum den sieht man jetzt leider nicht wie man sehen kann wir sind recht ländlich aber natürlich haben wir auch nachbarn bei uns in der nähe ja unser haus ist sehr renovierungsbedürftig das dach muss neu gemacht werden und renovierungs und sanierungsbedürftig sag ich mal also einiges muss gemacht werden das werdet ihr sehen wir gehen gleich rein hier rechts unten ist jetzt der abstieg zum keller und hier ist unsere veranda wie man sieht rechts ist eine tür da geht es zum dachboden hoch und natürlich auch ins haus rein ja hier sieht man noch mal die seitenansicht wo wir zum haus hinlaufen wir hatten uns gummistiefel mitgenommen weil alles so zugewuchert ist damit wir das einmal schön begehen können das grundstück und hier links sieht man jetzt ja da ist wein ich weiß nicht ob man sieht weinreben und ein brunnen haben wir ja und hier sieht man jetzt noch mal die tür rechts geht es zum dachboden hoch den zeige ich euch auch nachher und ja hier geht es ins haus rein und ja man ist direkt im flur und rechts geht es dann zur küche die wie ihr seht sehr renovierungsbedürftig ist oder sanierung also wir kriegen neuen fliesenspiegel neue fenster neue rollos neue fliegengitter die wände müssen komplett gemacht werden die leitung stromleitung müssen neu verlegt werden wasserleitungen und abwasser das wird alles ja geschaut wie es aussieht und heizungsrohre werden verlegt links geht es jetzt also rechts ist der kachelofen und links geht es in die speisekammer rein der kachelofen gefällt mir optisch nicht so aber hauptsache er erfüllt seinen zweck das ist die speisekammer mit kleinem fenster und rechts von dem kachelofen ist auch eine tür und von da aus geht es in dieses badezimmer mit badewanne und dusche ja ist jetzt nicht das schönste badezimmer aber das ist jetzt erstmal noch nicht geplant dass wir das erneuern lassen das erfüllt erstmal seinen zweck und ja deswegen lassen wir das vorerst so mit fenster auch auf dem blick auf die veranda und ja man sieht halt die alten fenster die sind doppelt drin also man muss zwei fenster aufmachen um es zu öffnen und wenn man auf toilette sitzt kann man quasi auf die veranda schauen wenn man möchte wenn das fenster frei ist wenn da keine gardine vor ist ja und wenn wir dann von dem badezimmer zurück in die küche reingehen und in den flur dann haben wir noch zwei weitere zimmer rechts ist das wohnzimmer und jetzt nicht erschrecken die wand sieht katastrophal aus aber wie gesagt das wird alles noch gemacht die fenster haben auch einen ofen im wohnzimmer da wissen wir allerdings nicht ob der funktioniert das wird sich dann zeigen ob wir den auch nutzen können oder erneuern müssen und das ist jetzt das schlafzimmer ja die schäden an der wand das war mal das dach undicht jetzt ist es wieder dicht aber es wird ja auch erneuert das dach und daher sind halt diese ganzen schäden in der wohnung oder im haus ja der ausblick ist wunderschön ins grüne bei uns also das mögen wir sehr und da freuen uns auch dann drauf wenn das endlich soweit ist dass wir dort unsere zeit verbringen können ja und jetzt gehen wir mal aufs grundstück also hier ist jetzt der baum vor dem schuppen das sind es kastanien und die waren zurzeit reif als wir dort waren das war sehr schön zu sehen und dass der schuppen der hat zwei seiten und die rechte seite die ihr jetzt seht wo auch zwei dachpfannen fehlen sie erneuert werden müssen da ist halt allerhand gerümpel drin das wird zurzeit ausgeräumt und entsorgt nach und nach und dann haben wir daher auch viel platz und hier ist jetzt der hühnerstall oder hasenstall wovon ich gerade gesprochen habe sehr praktisch wir möchten ja auch gerne wieder hühner halten leider bin ich nicht oder ich habe nicht den eingang gefunden als wir dort waren und da müssten wir noch mal schauen auch wenn wir da sind was wir erneuern müssen um diesen wieder in betrieb zu nehmen und das wäre einfach nur zum schlafen für die hühner und tagsüber können die ja unseren kompletten garten ruhig nutzen deswegen ist das jetzt von der größe eigentlich optimal für die nacht ja und die linke seite vom schuppen die steht komplett voll und da freue ich mich richtig drin zu stöbern wenn wir dann wieder da sind die schränke kann man bestimmt teilweise auch noch wieder auf hübschen und noch nutzen und was da alles sich so drin verbirgt für schätze da freue ich mich drauf ja jetzt gehen wir noch einmal nach hinten von unserem grundstück da ist die aussicht ganz wunderbar schaut mal wie schön das dort ist also am liebsten würde ich die sitzgelegenheiten terrassen oder so da hinten am grundstück machen weil man da so eine schöne aussicht hat es ist wunderbar ruhig da hinten wunderschön ja man sieht auch wir haben ein paar nachbarn so jetzt gehen wir mal auf den dachboden hoch da ist der boiler für warmes wasser und ja natürlich ist es sehr dreckig und das müsste da müsste wie gesagt einiges gemacht werden das wird alles schön gemacht wir haben auch geplant den dachboden auszubauen über kurz oder lang mal schauen erst mal halt jetzt das wichtige wird gemacht und wenn das dach erst mal gedeckt ist und der dachboden gereinigt und von gerümpel entfernt besäubert ist dann kann man da auch mal schauen wie wir das machen da gibt es bestimmt die möglichkeit ein oder zwei räume ja einzubauen für schlafmöglichkeiten dann haben wir eine große kiste auf dem dachboden darin befinden sich töpfe die kann man ja auch immer gebrauchen und der kanal leben in ungarn falls ihr ihn noch nicht kennt schaut da mal vorbei hat mir gesagt er hatte genau so eine kiste auch bei sich auf dem dachboden und ja es scheint wohl in ungarn gang und gäbe zu sein dass solche kisten auf den dachböden sind ja ein fenster haben wir auch auf dem dachboden oder eher gesagt ein loch in der wand ein fenster ist dort nicht eingebaut aber wir werden dann wahrscheinlich auch diese so dachfenster einbauen lassen wenn wir den dann ausbauen also so schräge dachfenster ja das haus steht leer neben unserem grundstück da wird gerade geklärt ob es zum verkauf steht für freunde von uns ja und hier seht ihr den bauschaum damit wurde das dach jetzt provisorisch gepflegt dass es dicht ist wieder aber es muss erneuert werden und jetzt gehen wir in unseren keller rein das ist ein gewölbe keller mit lehmboden und links sieht man jetzt noch gleich einmal kurz das ist ein vorratsregal was ja auch auf jeden fall ausgeräumt werden muss und ihr seht ja selber also alles ist voll gerümpel und dort befinden sich auch die abwasserrohre zu unserem haus also sehr praktisch wenn da mal was ist dann kann man da unten darauf zugreifen ja wissen noch nicht ob wir den keller als lehmboden lassen oder nicht das werden wir dann in der zukunft sehen oder ob wir den rausholen den lehmboden ja ich hoffe das video hat euch gefallen ich danke euch fürs zusehen und ja wenn ihr kein update video verpassen möchtet wie das haus saniert wird dann könnt ihr gerne den kanal kostenlos abonnieren da würde ich mich sehr freuen natürlich auch wenn ihr dem video einen daumen nach oben gebt ich danke euch fürs zuschauen und würde sagen bis zum nächsten mal tschüss